SEGA 23 Jahre alt Okay Unter anderem sind geplant Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog 2 Sonic 3 & Nuggets Sonic & Nuggets Aber nur werde ich überlegen ob ich es komplett mache oder Stattdessen ein Teil von Sonic 3 nehme Ich werde es austauschen denn irgendwann Weil der fast identisch ist mit Sonic 3 & Nuggets werde ich nur den Boss zeigen in Sonic 3 der in einer Version fehlt Kann auch sein dass es in Sonic & Nuggets werde Ich weiß nicht Ich werde es irgendwann mal merken Und wie gesagt die Hacks da werde ich auch einige Spiele vielleicht spielen So wie ein Gamestest zum Fan Game wird es auch irgendwann geben Unter anderem Sonic Gameland Auf meinem Gamestest Kanal MRSC Gamestest Die werdet ihr ja schon finden Ich habe ja schon einige Gamestests Aber die Gamestests werde ich demnächst auch auf werde ich auch auf einer anders erstellten Seite Schreiben Ok Leute das war es erstmal Bis dahin Reingehauen und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Zitai 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020